Die mir tierisch auf den Keks geht, die mir tierisch auf die Nerven geht, inshallah, ist, dass wir andauernd irgendwelchen Vollpfosten, die gegen den Islam reden, unsere Aufmerksamkeit geben, dadurch ihre Reichweite erhöhen und dadurch dafür sorgen, dass sie mehr Muslime, die keinen Plan von der Religion haben, durcheinander bringen können. Leute, heute haben mir bestimmt 10 Leute Videos geschickt. Guck mal, der und der sagt über dich das und das. Der sagt über dich, du bist ein Lügner. Aber, Leute, was interessiert es mich, ob irgendein Idiot über mich sagt, dass ich ein Lügner bin? Leute, die haben über den Propheten, alaihi sallam, gesagt, das ist ein Lügner. Es ist doch klar, wenn man die Wahrheit verbraucht. Und das muss man einfach kapieren. Es wird immer geredet werden gegen die Wahrheit. Es wird immer Leute geben, die versuchen, die Wahrheit zu widerlegen, indem sie irgendeinen Schrott labern. Was interessiert, es interessiert mich so viel, als ob in China, in Sagreis Umfeld, ob irgendein Vollpfosten etwas über mich gesagt hat. Ja, es stimmt, es gibt manchmal Sachen, die mich interessieren. Wenn zum Beispiel in der Schule ein Lehrer sagt, Pierre Vogel gehört zum IS, weil da macht er sich strafbar mit. Da kann man rein rechtlich gegen vorgehen. Und es ist interessant für mich zu sehen, wie der Staat gegen mich arbeitet. Aber was interessiert es mich, ob irgendein Vollpfosten, den wir Muslime groß gemacht haben, über mich redet? Es interessiert mich nicht die Bohne. Der soll labern, was er will. Aber das Schlimme ist ja, warum darf man kein Schwein essen? Schau dir meinen Vortrag an, warum essen Muslime kein Schweinefleisch? Aber warum gibt es da noch Muslime, die so naiv sind und sich davon durcheinander bringen lassen? Wir haben diese Idioten groß gemacht. Ihr schickt die Videos hin und her. Schau mal hier, was er sagt. Schau mal hier, er sagt Lügner. Schau mal hier, er sagt das und das. Und damit erhöhen wir deren Reichweite und deren Bekanntheitsgrad und sorgen dafür indirekt, dass die Leute, die keine Ahnung von der Religion haben, durcheinander bringen können. Man macht sich sündig damit, diese Videos zu verteilen, Leute. Nein, nein, nein. Du bist nicht der Einzige. Es ist der größte Quatsch. Man muss davon Abstand nehmen. Man muss davon Abstand nehmen. Beachtet die Leute. Warum beachtet? Guck mal. Leute, die wirklich die Religion richtig gelernt haben, beschäftigen sich mit Scheinargumenten. Leute fragen mich Sachen, die habe ich schon vor zehn Jahren beantwortet. Man hat zehn Jahre Zeit gehabt, sich meine Vorträge anzuschauen. Stattdessen schaut man sich Vorträge von irgendeinem Nicht-Muslim-Spinner ein. Nicht-Muslim-Spinner an, der die Leute durcheinander bringt. So. Das ist der Punkt. Lasst davon Abstand. Beschäftigt euch mit eurer Religion. Warum sollen wir uns die ganze Zeit mit Leuten beschäftigen, die uns negative Energie, die negative Energie verbreiten? Was habe ich davon? Warum gucke ich mir so einen Schrott an, von irgendeinem Idioten, wo ich nur Wut bekomme? Ich gucke mir die Videos sowieso nicht an. Ihr braucht mir gar nichts zu schicken. Ihr braucht mir gar nichts zu schicken. Ich schaue mir diesen Schrott sowieso nicht an. Wenn ihr Fragen habt, guck mal, jetzt macht ihr den weiter bekannt. Wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Dingen, die euch zu Ohren gekommen sind, fragt mich und ich garantiere euch, ich kann ein Video darüber machen oder euch ein Video dazu schicken. Dann müsst ihr immer schauen. Kommt jemand mit einem Beweis oder mit einer Behauptung? Kommt jemand mit einem Beweis oder mit einer Behauptung? So. So. Weil das ist der Punkt. Heute kontaktiert mich ein Jugendlicher und sagt, guck mal, ich habe mit meinem christlichen, er soll das jetzt nicht böse nehmen, wenn ich jetzt so gerade das so nachmache, ich habe mit einem christlichen Freund geredet über dein Video und er hat darauf geantwortet. Ich bin jetzt total durcheinander. Erstmal, wenn ich etwas sage über das Christentum und dein Freund kann das widerlegen, ist dann das Christentum richtig? Wenn er von 10.000 Fehlern einen widerlegen kann, nee, wofür bist du dann durcheinander? Das heißt, wenn er mit einem Argument kommt, ich kann mich ja theoretisch vertun. Kann ja theoretisch sein, dass ich sage, etwas ist ein Fehler und es ist gar kein Fehler. So. Das heißt, wenn er, wenn du mit jemandem diskutierst und man soll mit Leuten diskutieren, die Interesse haben, wenn wir sagen, jeder Muslim soll Dauer machen, dann meinen wir, mach Dauer mit Leuten auf deinem Niveau. Nicht, dass du mit Leuten Dauer machst, die 10 mal mehr Wissen in ihrem Bereich haben und dich durcheinander bringen. Du kannst vielleicht gerade mal beten und dann fängst du an, mit einem Missionar zu reden, der Arabisch gelernt hat und seit 10 Jahren den Islam studiert, um die Muslime durcheinander zu bringen. Das ist doch völliger Blödsinn. Wenn wir davon reden, jeder Muslim kann Dauer machen, dann reden wir davon, ah, du hast einen Klassenkameraden, der ganz normal ist, schenk dir mal ein Buch, nimm dir mal mit zur Moschee oder du kennst einen Muslim, der nicht betet, dann sagst du, Bruders Gebet ist wichtig. Darüber reden wir. Nicht, dass du mit Spezialisten redest. Für Spezialisten gibt es Spezialisten. All diesen Schwachsinn, mit dem die kommen, haben schon andere widerlegt. Guck mal, das müsst ihr euch anschauen. Dr. Sarkir Naik hat mit Dr. William Kempel, das ist der Vorreiter von allen Argumenten, mit denen die heute kommen, eine Debatte gemacht und hat mit ihm den Boden gewischt. So, warum schaut man sich die Debatte nicht an und lernt das, wo ein islamischer Gelehrter den platt macht? So, warum macht man das nicht? Ich habe schon auf christliche Internetseite, auf Englisch, als es den ganzen Kram auch gar nicht gab, als sie mich beschimpft haben, die Muslime mich beschimpft haben, oh, warum redest du so schlecht über die Christen? Jetzt seht ihr, was los ist. Ja, habe ich schon einen Vortrag gemacht, angebliche Widersprüche im Koran, der geht über zwei Stunden. Da bin ich auf all diese Punkte eingegangen. So, warum schaut man sich das nicht an? So, dann, pass auf, jetzt kommt der Beweis, heute. Und meistens, wenn sie irgendwas widerlegen, es ist nur eine Behauptung, mit völlig sicherem Auftreten. Der Pia Vogel sagt, und dann labern sie irgendwas, und dann stehen muss die wieder, boah, hat der was gesagt? Und auch die nicht, hier, guck mal, Widerlegung, ja okay, was hat er denn gesagt? Erzähl mal. Erzähl mir sein Argument, gib das die Argumente mal wieder. Ich habe das schon öfter erlebt. Leute schicken dann ein Video, okay, das ist ein Video, da wird auf mein, was hat er denn gesagt? Äh, 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 ja was denn? Er labert total im Schluss. Da gibt es zum Beispiel eine, da geht es um Esra und Nehemiah, Widersprüche zwischen Esra und Nehemiah. Dann sagt er, Pia Vogel kommt dann, mit, äh, einem Widerspruch, äh, 18 Widersprüche zwischen Esra und Nehemiah, äh, und, ähm, äh, ja, er hat das nicht richtig gelesen. Äh, äh, also man muss verstehen, also, das ist ja eigentlich gar kein Widerspruch, sondern Esra, das ist der Schreiber der Bibel, hm, der das Buch geschrieben hat, und Nehemiah hat von einem anderen Manuskript abgeschrieben, und deswegen gibt es diese Diskrepanzen zwischen den Zahlen. Das schickt mir einer. Christi, guck mal, der hat darauf geantwortet. Was hat er denn gesagt? Ja, sehr plausibel. Ja, was hat er denn gesagt? Er sagt dort, der Widerspruch ist da, weil der eine Bibelschreiber von einem anderen Manuskript abgeschrieben hat. Ja, aber es geht um dasselbe historische Ereignis. Das ist so, als wenn ich sagen würde, als wenn ich sagen würde, im Koran, ja, äh, haben wir einmal, 120 Suren, und einmal, nee, Quatsch, nee, nee, nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir, wir haben im Koran, da gibt es gar kein Beispiel für, ehrlich gesagt, ja, doch, stell dir vor, in Sure 3 steht etwas, ein Heer ist ausgezogen, bei derselben Schlacht, mit so und so viel Soldaten von Quraysh, mit so und so viel Soldaten von Ratafan, mit so und so viel Soldaten von Dings, und in Sure 4 steht dieselbe Schlacht, mit unterschiedlichen Zahlen. Und dann sage ich, ja, das ist gar kein Widerspruch, Sure 3, also, christlicher Missionar, Sure 3 ist von einem anderen Manuskript, als Sure 4 abgeschrieben worden. Alles in Ordnung, doch, ist da jemand zu Hause? Das ist der pure Schwachsinn. So, das dazu, Behauptung und Beweis. So, auf jeden Fall. Mein Freund ist Alhamdulillah Muslim geworden, was für einen muslimischen Namen empfiehlst du? Mohammed. Nenn die Mohammed oder Ahmed, Namen vom Propheten, a.s. a.s. Wenn du Selbstmordgedanken hast, schreib mir privat. Du Spinner, Deysodog war bei mir 2009, habe ich den getroffen. Da gab es noch gar keinen ISIS, du Vollpfosten. Der ist 2012 erstmal zu einer anderen Gruppe in Syrien gegangen, und später erst zu ISIS, da hatte ich schon seit Jahren keinen Kontakt mehr mit dem gehabt. 2009 habe ich den zufälligen in einer Moschee getroffen, du Hirni. So. Boah, es gibt so viel Doofe, boah, es gibt so viel Doofe auf der Welt. Ich dachte früher immer, Doofheit tut weh, das bedeutet, weil der Doofe tut sich weh. Nein, es tut dem weh, der sich mit den Doofen abgeben muss. Hey, du hast Doofe doch getroffen, am Namen der zu ISIS. Achso, ja klar, ich habe auch jemanden getroffen, der ist später Alkoholiker geworden, da bin ich auch dran schuld, oder? Ich habe 20, was weiß ich, wie viele tausende Menschen getroffen, die dann irgendwas gemacht haben. Bin ich dafür verantwortlich, wenn ich einen getroffen habe, weil er dann 100 Jahre später was macht? Ach Leute, aber Leute, was willst du mit solchen Idioten diskutieren? Kannst du nur in die Fresse reinhauen. Mehr nützt nichts. Kannst nur, paff, eine Ohrfeige geben, weil das ist einfach zu anstrengend, mit solchen PKK-Hirnys zu diskutieren. Einfach zu doof. Boah, so viel doof, boah, das hast du schon 265.000 Mal erklärt, in jedem Tag war bei dir. Boah, grauenhaft, grauenhaft. Naja, auf jeden Fall weiter. Auf jeden Fall heute kommt dann jemand zu mir, sagt, ja, ich habe dem das gezeigt, das Video, und da hat er gesagt, nee, guck mal hier, am ersten Tag wurde Licht schon erschaffen. Nicht am vierten Tag, da habe ich zu ihm gesagt, Bruder, erst mal, wenn er einen Widerspruch, den ich genannt habe, widerlegen kann, heißt das dann, dass die Bibel, dass Christentum richtig ist und der Islam falsch? Nee, also, aber warum hat er dir den Rest nicht gezeigt? Worauf ich eingehe? Weil der Rest ist, weil er hat ihm nur die ersten Verse gezeigt, nämlich Vers 3 und 4 und 5, aber nicht Vers 12, 13, 14, 15, 16, 17. Da steht nämlich, und die Erde begann Gras hervorzubringen, Vers 12, Mose, erste Buch Mose 1, und die Erde begann Gras hervorzubringen, Pflanzen, die Samen tragen nach ihrer Art und Bäume, die Frucht tragen, so, 13, es wurde Abend und es wurde Morgen ein dritter Tag, es wurde Abend und Morgen, Abend und Morgen entsteht wann? Wenn Sonne da ist, Sonne war noch nicht da, es war Licht da, welches Licht denn? Ein Tag und Morgen reden wir von Sonnenlicht, wir haben gesagt, hier, dritter Tag und die Sonne und die Pflanzen brauchen was? Sonnenlicht, okay, Sonnenlicht, dann, Vers 16 dann, Vers 14 dann, es sollten Lichter in der Ausdehnung der Himmel werden, um eine Scheidung zwischen dem Tag und der Nacht herbeizuführen, und sie sollen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeit, Abständen und Tagen und Jahren dienen, die Sterne, das heißt, die Sterne, und das heißt, so, und sie sollen als Licht, so, in der Ausdehnung der Himmel dienen, um auf die Erde zu leuchten, so wurde es, und Gott machte dann die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages, die Sonne, und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, und auch die Sterne, so geht es Gott, sie in der Ausdehnung der Himmel, damit sie auf die Erde leuchten, und bei Tag und bei Nacht herrschen, und zwischen dem Licht und der Finsternis eine Scheidung herbeiführen, dann sah Gott, wo es gut war, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein vierter Tag, vierter Tag, das heißt, am dritten Tag wurden die Pflanzen erschaffen, am vierten Tag die Sonne, naturwissenschaftlicher Humbug, ganz klarer Fall, naturwissenschaftlicher Humbug, so, dann, hier, jetzt, was anderes, hier, die Sonne, ohne, wenn wir sagen, es ist ein Tag von 24 Stunden, okay, dann können Pflanzen überleben ohne die Sonne, obwohl es sowieso naturwissenschaftlicher Humbug ist, aber, wenn wir sagen, die sechs Tage ist eine lange Periode, wie im Koran, dann wären die, dann müssen die Pflanzen, können die Pflanzen nicht bestehen, ohne Sonnenlicht, da kommen jetzt wieder irgendwelche Spinner, ist schon klar, so, das dazu, so, das ist ein Jahr, das ist, okay, ilon, anderes, wenn wir, da kommen, wenn wir, das ist, choice ist, Untertitelung des ZDF, 2020